Und du tut es auch noch mal so schön. Sehr gut. Sind wir gerade auf Land gefahren oder was war das? Oh Gott. Ich treff dich aber nicht. Ja. Das schaut euch aus wie so ein behinderter Choreografie-Tanz. Jetzt hab ich dir den Ellenbogen reingehauen. Rechtester Nahkampf aller Zeiten. Ohne Scheiß. Und ich bin auch noch besoffen. Alter, du bist ja instant. Sorry. Das war das, wo man 5 Sterne kriegt und dann möglichst lange überleben muss. Aber ich finde es nicht mehr. Ich weiß nicht, wo das war. Ich weiß, wo es war. Ja, sucht mal. Meine Mami ruft gerade an. Ich komme gleich wieder. Ich check das nicht, ey. Soll ich den Abknall? Nein, ja. Ich helfe dir. Oh, Alter. Ja, ja. Ich hab nur noch 14 hier. Oh. Auch wieder. Höhen hat gewonnen. Oh, nice. Warum kommt da die Polizei? Hä? Hä? Kommt die zu mir? Oh, Hilfe! Oh! Alles für Helmut und Paul. Mein Leben für ein Asyl. Guck mal, ob die schon irgendwo in der Nähe sind. Oh ja, da kommt er. Oh Gott, willst du uns ballen? Äh, scheiße. Schwier. Schau einfach runter. Ich fahre einfach runter. Uhuhuhu. Der kommt bestimmt mit dem Hubschrauber oder so. Oh oh, Bäume. Oh fuck, der ist bald da. Alter. Wo habt ihr ein Auto gefunden eigentlich? Ah, der ist gleich da. Was ist mit dem Pick-Up her? Geil, oder? Hab ich so einen Hüppelie geklaut. Willst du mitfliegen oder fliegst du selber? Markus? Markus? Äh, okay. Kann es sein, dass du versucht hast einzusteigen, Markus? Hä? 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 Du leckst voll. Hä lol. Bei mir ist gerade Markus seinen Charakter einfach ausgestiegen und rennt jetzt weg. Hä? Hast du den gesehen? Hinter dir jetzt. Oh ja, da. So, und überfahren. Hä? Wie lustig. Anscheinend muss man den aufschlagen. Was muss man? Muss man aufschlagen. Ach so. Dass man es kaputt macht, oder was? Oh ja, da. Hä? Oh fuck! Au! Au! Alter, das brennt. Was? Echt? Ja, hinter dir. Ich nehme jetzt den Heli da und lande beim Purpose auf der Yacht. Willst du mit? Ja. Willst du mit oder nimmst du deinen? Ich habe einen eigenen Heli. Weißt du was lustig wäre, wenn ich dich mit dem Haken aufhaken könnte? Willst du mal unter mich fliegen? Oh, es geht doch so schief. Okay, ich flicke jetzt ganz langsam und versuche jetzt unerlich zu kommen. Uhuhuhu. Willst du noch mit dem Haken das gegen mit G oder so, oder? Mit E oder so, ja. Es passiert nichts. G und E. Ich war glaube ich noch nicht dran. Freifhaken. Oh, jetzt habe ich ihn berührt. Ich habe ihn berührt. Also ich kann ihn rumschleudern, aber es passiert nicht. Jaja, ich sehe ihn. Ich habe immer noch Schiss, dass er mich gleich zerquetscht. Kann doch auch gut passieren. Ah, ah, ah. So, jetzt nähern wir uns einfach so von an. Und dann ramm ich halt mit. An und an. Weil dir beide einfach... Dann hackst du wirklich ein und... Alter! Gibst du mir einfach eine Kopfnuss, oder was? Hallo? Hallo, bist du wieder da? Alter! Du blöder Mongo! Du Dab, ey. Ich kann nicht mehr einsteigen. Versuch dir mal wieder gerade zu machen. Okay. Das geht bestimmt gut. Du musst dir mal wirklich frontal rammen einfach. Ja, dann sterbe ich, Mann. Ach, laber doch nicht. Guck mal, ich stelle mich so nah hin. Wenn du wirklich stirbst, sterbe ich auch. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Und jetzt das? Alter! Ja, fast. Immerhin. Wenigst noch mal von oben... Alter! Huh! Wenigst noch mal von oben drauf, hä? Alter! Jetzt steht er! Was fällt er wieder? Nein! Oh nein, bleib doch da! Bitte! Bleib doch da! Nein! Wo gehst du hin? Er steht! Er steht, Florian! Es hat funktioniert. Ich hab's gesagt. Meinst du, der explodiert? Ne, das kühlt sich wieder ab, oder? Ja. Es ist schon die Jacht von jemand anders jetzt? Das ist anscheinend eine andere Jacht jetzt, ne? Oh! Was jetzt passiert? Hey, wer kommt denn da angeflogen? Ehm... Ehm... Oh, das... Das war... Also, mein Auto ist noch ganz... Glaub ich zumindest. Glaub ich zumindest. Wann man nicht da, wo man zuletzt rumgestanden war? Ach, nicht, wenn man das nicht eingestellt hat. Ich bin voll auf der Ladefläche gelandet. Alter, wie geil war das denn? Aber stimmt, ich hab ja nur einen Sitz, ne? Hä, was war das denn? Ich mach meinsim gebunt vorne. Was bist du... Was bist du für ein fucking Körper, Klaus? Au! Hör halt auf! Nicht runterkicken! Muss'n drinbleiben! Alter! Ey! Wer von euch hat den Ding aufgemacht? Tö, tö, töö... Was ist denn der ist? Hör auf, jetzt gefahren! Alleine kommt! Ich komm... Ich komm nicht weg! Ich komm nicht vor, fans! Das ist der retardedste Scheiß ever. Ja das geht schon, wir müssen da einfach nur vorwärts laufen. Dann geht das gut. Nein, nein! Wenn man heute die Klappe nicht mal aufgeben würde. Start des Events. Höchste Geschwindigkeit. Wow. Alter, ich hab 20 kmh. Mein Rekord. Ich bring einfach mal volle Kante da runter. Was soll ich schon... Jetzt die Klappe zu und du liegst. Die Klappe... Jetzt ist er offen. Spring jetzt rein und ich führ los. Oh Gott. Du bist bei mir grad voll in die Kamera geflogen. Wow, wow. Ist das überhaupt ein Viersitzer? Au! Oh, das ist wieder kein Viersitzer. Ah, das ist einer. Oh Mann. Nein, nein, das ist auch kein... Doch, das ist ein Viersitzer. Guck mal, wir haben sogar... Aber guck mal, ich hab so einen Anhänger. Willst du sicher nicht bei mir mitfahren? Ich hab einen Anhänger, Mann. Du kannst einsteigen. Beide, willst du mal einsteigen, bitte? Ja, ich fahr so mit. Das geht eh nicht gut. Oh, schau, wie gut das ist. Einwandfrei. Hä? Du fällst ja gar nicht runter. Hä? Cheater. Hey, Fraser. Kannst du dich das mal einer angucken? Da passiert wirklich gar nix gerade. Glitch. Oh lol, du hast wieder ein Kopfgeld gekriegt. Äh, okay, das mit dem Anhänger wird glaub ich nix mehr. Ja. 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 Ja.